Werbio ist Axia Best Managed Company 2021. Der Bioenergieproduzent erhält die Auszeichnung für seine vorbildliche Unternehmensführung. Bei dem Preis handelt es sich um einen Preis, den wir insgesamt in 30 Ländern vergeben. Nicht nur Deutschland, sondern auch USA, China, Kanada, Australien. Und von daher gehört Werbio jetzt zu dieser Community der Unternehmen, die diesen Best Managed Companies Award gewonnen haben. Werbio punktete dabei mit strategischem Weitblick, Innovationskraft, einer nachhaltigen Unternehmenskultur und exzellenter Corporate Governance. Diese Auszeichnung ist eine besondere Wertschätzung für die Werbio. Es ist Anerkennung für unseren gesellschaftlichen Beitrag, den wir mit mehr Klimaschutz im Verkehr tagtäglich leisten. Der Award honoriert die Anstrengungen der Werbio und ist Ausdruck für die spezifische Werbio-DNA. Das ist eine Kombination aus Teamgeist, aus Innovationskraft, gegenseitigem Respekt und dem verantwortungsvollen Umgang mit natürlichen Ressourcen. Diesen Preis, den richten wir zusammen die Leute mit der Credit Suisse, der Wirtschaftswoche und dem BDI gemeinsam aus für Unternehmen, die in vier Kategorien hervorragende Leistungen erbracht haben. Da geht es also zum einen um das Thema Strategieentwicklungsprozess. Da geht es um die Frage der Produktivität und Innovation. Da geht es um das Thema Unternehmenskultur. Wie nehme ich die Mitarbeiter mit? Und da geht es natürlich auch um die Frage der Finanzen. Habe ich eine starke Bilanz zum Beispiel? Verantwortlich für dieses Wachstum und dafür, dass das alles relativ erfolgreich war, sind unsere Mitarbeiter. Und die Ressource Innovativität, Know-how der Mitarbeiter, das trägt eigentlich die Werbio und trägt den Erfolg der Werbio. Und das versuchen wir zu stützen, wo wir können. Wir sehen es als unsere Aufgabe an, diese Mitarbeiter für uns auch langfristig im Unternehmen zu halten. Unsere Strategie ist es ganz klar, dieses Team, das wir haben, auf das wir stolz sind, weiter auszubauen. Und dann diesen Mitarbeitern auch eine Umgebung zu bieten, die sie langfristig an die Werbio bindet. Unsere Strategie ist das wir beschäftigt, seitens der Serverciolem. Untertitelung des ZDF, 2020